Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es die Glossy Box Juni und ich bin schon ganz gespannt was das drin ist. Als erstes gibt es hier eine mega Gutscheine und zwar einfach von Parfüm Dreams, St. Sewage und HelloFresh. Und die Edition ist übrigens World of Beauty. Bin ich schon sehr gespannt. Das Papier ist ja immer mega, mega cool. Gucken wir doch mal rein. Als K-Produkt diesen Monat ist die Sleek Highlighting Palette drin. Mega gespannt, wie die hier aussieht. Und zwar sieht die so aus. Also mega cool, freue ich mich schon drauf. Ich liebe ja die Marke Sleek. Mega cool. Dann ist hier von San Sujiz ein Baden-Baden Thermal Spray drinnen. Finde ich für den Sommer braucht man immer. Erst recht, wenn man irgendwie draußen ist und man eine Erfrischung für die Haut braucht. Weil das eben auch sehr, sehr viel Feuchtigkeit auf die Haut bedeutet und das so nämlich auch sehr, sehr gut ist, finde ich persönlich. Ich habe sehr, sehr viele Sprays mit mir zu geben. Dann weiter geht's mit von De Bruyere. Eine After Sun Aloe Vera Gel. Liebe ich, liebe Aloe Vera nach dem Sonnen zu benutzen. Deswegen freue ich mich auch drauf, diese hier zu testen. Das werde ich definitiv in meinem Garten und Sonnen danach auf jeden Fall testen. Werde ich euch auf alle Fälle berichten. Freue ich mich sehr darüber. Dann weiter geht's. Dann ist hier noch so ein Testprodukt drin von The Ritual of Namaste. Der Miracle 3 in 1 Mizell Wasser. Mit indischer Rose und Holy Lotus. Mega cool. Freue ich mich drauf zu testen. Bin ich sehr gespannt. Und ich habe bis jetzt die Namaste Reils sehr genossen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Finde ich sehr, sehr gut. Und dann ist hier noch ein Produkt drauf. Da freue ich mich riesig. Das ist von Neutrogena das Curcuma Clear Beruhigender Reinigungsschaum. Ich habe gehört, das hier soll mega sein. Deswegen bin ich wirklich, 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 wirklich gespannt drauf. Und freue mich, dass ich das teste. Weil ich hatte mir nämlich überlegt, das eigentlich im Laden zu kaufen. Aber wenn ich es jetzt so bekommen habe, werde ich es natürlich auch testen. Und als kleines Geschenk ist hier noch von Luxi der Separate Blending Eye Pencil. Richtig cool. Vielen Dank. Mega coole Box. Also ich finde alle Produkte mega. Freue mich, die alle zu testen. Und ja. Ich sehe hier schon gerade, was mich im nächsten Monat erwartet. Und muss sagen, ich bin really, really, really excited. Weil das wird eine richtig coole Edition. Und zwar wird es die Aloha Edition. Ich finde es mega cool. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr dann gebt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann am Mittwoch um 12 Uhr. Ne, am Sonntag um 14 Uhr. Zu einem neuen Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.